So, speichern. Sei nicht so, so. Lass dir mal ganz kurz draußen, bitte. Dann muss ich erstmal hier unten die Dinger abbauen, die brauchen wir jetzt sowieso noch nicht. So, 4 Stück. Okay. Nein. Nicht dort rein. Ach, leck mich drauf. Fett, ey. Dann lassen wir das halt so. So, juckt mich auch nicht. Solange alles da reinkommt. Meile, Alter. Wie geht's, Alter? Bye. Hey. Wie geht's, Alter? Das gefällt mir. Ich pack mal den Stern oben in die Kiste rein. Ja. Ich hab wieder ein bisschen was in den Dings rübergepackt. Danke, danke. Kommt aber noch mal ein bisschen was. Also, ich brauch drei Mining Upgrades und dann haben wir eine vierfache Kableston Produktion. Okay. Das Problem ist aber, ich brauch halt Eisen dazu. Und daran mangelt's bei uns. Das bekommt ihr gleich. Mit dem nächsten bekommt ihr das easy. Ich brauch das jetzt für die Kableston Produktion. Wieso brauchst du? Ähm. Ähm. Ich brauch da ein Quotable. Nein, ich meine Ike jetzt. Wie viel Eisen? Ähm. Eins, zwei, drei, vier, acht, zwölf, plus neun, einundzwanzig. Easy, haben wir. Gebe ich euch. Willst du was anderes dafür haben? Naja. Ansonsten einfach unten bedienen. Warte. Ich brauch noch, äh, drei Triple. Okay, das heißt ich mach nicht, geh kurz zu denen. Ne, ne, das hab ich jetzt. Das hab ich jetzt gleich. Okay. Also es ist jetzt, eh jetzt gleich. Ach, da ist es das. Hoffentlich. So. Jetzt haben wir elf Iron Upgrades. Aber Schatz, du musst so oder so ein Glas herstellen. Mhm. Denn ich, wenn ich das hier unten alles automatisiere, brauch ich noch viel mehr Leitung. Ich bin ja dabei. Ich meine ja bloß. Denn die Obsidian Produktion fängt so langsam an. Langsam halt. So lange du einen hast und die Obsidian produzieren, ist das ja schon mal relativ gut. So und so. Dann kann ich nämlich aus dem Obsidian relativ viel Silicone machen. Mhm. Und aus dem kann ich dann, äh, Silicondioxin noch was machen, aus dem ich dann Glas bzw. Sand herstellen kann. Mhm. Gesundheit. Silicondioxin. Ja. Ja. Einfach ein bisschen Obsidian machen und das reicht. Ich kann dir, ich kann dir jetzt auf jeden Fall schon mal drei Stück machen. Mhm. Ich muss noch hoch zur Wasserquelle. Ich muss noch hoch zur Wasserquelle. Schade, dass man, äh, äh, Wasser nicht automatisieren kann. Ja. Das wär echt praktisch. Alter. Das... ist... So. Filt Oil-Kaniste oder Gold? Gute Frage. Ich glaub den Filt Oil-Kaniste brauchen wir für was anderes, oder? Ähm, ja, der muss aber zu null Prozent sein. Filt Oil-Kaniste. Warte, ich guck grad ins Buch. Muss voll sein. Ähm... Irgendwo braucht man den, das weiß ich. Hm. Wann kann ich dir den dabei so geben? Walter, ich hab die Quest ja schon. Gut. Dorn, vielen Dank. Wann machen wir... Filt Oil-Kaniste, ja. Dann machen wir noch ein paar Dings, ne? Hier, ähm, wir brauchen Filt Oil-Kaniste. Doch! Nimm den! Dann können wir gleich... Krieg ich wieder? Du, du... Gleich die nächste Quest mal. Warte mal, welch? Ich krieg fünf, äh, von dem vorstufigen. Du kriegst fünf, äh, Quart-Triple, äh, Trouble. So, fünf. Jep. Gut. Wigschön. Jetzt bekommen wir... So, den... Richtig geile Ressourcen. So, wenn ich dieses Bedrock-Gonium da jetzt zerhaue, ne? So, wie viel Obsidian brauchst du jetzt insgesamt? Allgemein, damit ich Silicon rauskriege. Wie viel insgesamt? Ich weiß ja nicht, ob immer bei jedem was rauskommt. So. Ähm, wir haben jetzt, äh... Mervan? Ja. 9, 10, 11 Stück hast du mal. Hast du die schon gemacht? Du hast die? Ja. Ja. Ja, gut. Sibi. Vielen Dank. Hast du fein gemacht. Ja, natürlich. So. Das kommt da rein, das kommt da rein. Das wird umgecraftet. So. Machen wir hier wieder was rauskriegen. Bis noch mal die automatische, äh, Siebe... Machen. Hast du diesen Ölkanister? Hier oben ist das... Äh, das Obsidian. Mh. Ah, das ist der Ölkanister und das. Was will ich mit einem... Mit einer Drum? Die war da mit dabei. Okay. Ähm... Ja, such's dir aus. Lila, grün oder pink? Lila, grün oder pink? Grün. Pink. Es gab ein Rebord Bag. Fuel-Kanister. Jetzt haben wir schon zwei davon. Ähm... Jetzt brauchen wir... Ach, da brauche ich ja auch wieder Gold dafür. Scheiße. Du hast hier noch fünf Nuggets drin. Ähm... Eisen, Eisen, Eisen. Gold, Gold, Gold und Eisen, Eisen, Eisen. Teile meine Holz da rein. Gesundheit. Hm. Butter barrels. Ach so, sortierst du das jetzt da alles rein? Die Kiste ist voll. Ähm... Du hast hier unten noch ne Kiste, denk dran. Sag ich nur, dass die Kiste voll ist. Und... Ähm... Ja. Ne, mach's das schon. Hm... 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 Das kommt da weg... Doch, da... Ach, ich dachte ich habe keine Änder. Okay, will mehr. Denn wir wollen ja auch noch da etwas anschließen. Wo machen wir das am besten? Wir müssen jetzt irgendwo nach oben durch kommen. Hm... Hm... Oh. Läuft. Und... Nicht... Schlecht. Ähm... Ähm... Äh... Ich... Muss grad selber hier erstmal kurz was gucken. Ich glaube wir müssen unsere Base etwas umstrukturieren. Können wir ja mal. Müssen wir mich für sich stören. Also ich mach das gerade, weil dann kann ich das Solar Pendel anschließen. Okay. Das und das da hin. Dann kommt das hier hoch. Kein Energie Kabel setzen, sondern den Block bitte. So und so. Das kommt dann hier her. Da hin. Hier wird halt nochmal zugebaut mit diesem Turf, Turf, was auch immer. So und so. So und so. So. Ich glaube jetzt haben wir gleich Solarenergie. Solarenergie die erste. Die nutze ich aber für... Das... Seef. Mhm. Das war falsch. Der Stern ist noch draußen, oder? Ja. Äh... Das Solar Pendel produziert eigentlich gut Energie. Guck mal hier rein. Ja. Dann brauchen wir das Ding hier unten eigentlich vorerst gar nicht mehr anschließen. Dann kann ich das hier abbauen. Und die Maschinen kann ich auch hier runter setzen, beziehungsweise hier hinsetzen, dann hast du nochmal ein paar Kabel. Ja, das kann man machen. Ja, das kann man machen. Ich bin doof. Kann ich das nicht mit dem French abbauen? Malerweise Shift-Rechts-Klick. Stimmt. Hä? Hä? Warum geht das nicht? Machen wir das so. Warum hab ich jetzt... Achso. Ähm... So. Ich hab hier ne Maschine von dir. Ja, machen wir das so. Ich hab hier was eingesammelt. Silikon. Hm, es kommt da rein. Ähm... Ja, das ist was. Dann kannst du den Stern eigentlich wieder hinschätzen. Sissi? Hm? Du hast doch dieses komische, ähm, dieses, diese komische Drum da, ne? Ja. Kannst du das bei dir in, äh, D-Compressor legen? Äh, wo hast du Drum hin, Hasi? Die hab ich noch im Inventar. Geh ich die mal bitte? Warte mal, du kannst, du kannst einfach meine Worts benutzen. Ne, ich hab die. Äh... Oder brauch... Wenn ihr die, wenn ihr die noch braucht, dann, äh, lass meine benutzen. Ich wüsste jetzt nicht dafür. Auf jeden Fall krieg ich hier keinen Strom rein. Ist der Stern drin? Der Stern ist doch gar nie drin. Äh, Mann. Hm. Deswegen sag ich ja nochmal so ne Dinger herstellen. Wir haben ja noch insgesamt drei Sterne. Hm. Ich kann ja, ich kann fliegen. Ja, pass auf, du wirst gleich gekickt. Ne, das wird mir immer zurück ins Inventar gelegt. Wenn ich das so reinleg, aber nö. Aber... Warum kann man das denn so...